Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dr. Meth, Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute sprechen wir über die weibliche Sterilisation in jungen Jahren, zum Beispiel unter 30 Jahre. Stell dir vor, du bist ein Mensch mit Uterus und möchtest gerne sterilisiert werden, weil deine Familienplanung ist abgeschlossen. Du hast vielleicht schon Kinder, auch unter 30, vielleicht möchtest du aber auch gar keine Kinder, vielleicht hast du aber auch keine Lust auf die anderen Verhütungsmethoden, hormonell, nicht hormonell etc. Unterm Strich haben ja alle eins gemeinsam, die Familienplanung ist definitiv abgeschlossen. Und jetzt beginnt sehr oft eine wahre Odyssee, wenn du jung bist oder sogar noch gar keine Kinder hast, denn es wird wahrscheinlich GynäkologInnen und GynäkologInnen geben, die das Ganze ablehnen. Und nicht machen möchten. Woran liegt das eigentlich? Ist es vielleicht für Ärztinnen und Ärzte rechtlich sogar verboten, junge Frauen zu sterilisieren? Diese Frage kann ich direkt mit Nein beantworten. Verboten ist es nicht. Patientin muss eben über 18 Jahre alt sein, also volljährig sein und eben auch im Zustand sein, dieser OP mit den weitreichenden Konsequenzen zuzustimmen. Es gehört eine wirklich gewissenhafte und gute Aufklärung über die operativen Risiken, aber auch über die Tragweite und die Konsequenz dieses Eingriffs. Und diese Aufklärung gehört eben auch schriftlich von der Patientin unterschrieben. Ist das alles erfolgt, ist die ganze Nummer rechtlich erlaubt. Aber es gibt GynäkologInnen und GynäkologInnen, die diesen Eingriff ablehnen und nicht machen. Und das ist auch in Ordnung. Das müssen wir auch respektieren, dass GynäkologInnen diesen Eingriff nicht machen müssen. Aber was sie machen sollten, ist, dir dann entsprechend Hilfestellung zu leisten, jemanden zu finden, Ärztin, Arzt, Klinik, Krankenhaus, die diese Eingriffe auch bei jungen Frauen durchführen. Und da reicht auch entsprechend einfach nur den Link zu einer Website, wo es eben entsprechende Anlaufstellen und AnsprechpartnerInnen gibt. So, weil ich euch jetzt nicht kenne und die meisten wahrscheinlich auch nicht persönlich betreue, möchte ich euch jetzt diese Hilfestellung aber dennoch leisten. Erstens sprechen wir über die operativen Risiken, dann die Tragweite eurer Entscheidung und die Konsequenzen, die daraus vielleicht möglicherweise resultieren. Und wir sprechen auch über die Anlaufstellen, die Website, den Link, den ich euch zur Verfügung stelle, wo ihr eben auch entsprechend eure AnsprechpartnerInnen findet. Beginnen wir mit den operativen Risiken. Aktuell gibt es mehrere Arten, eine weibliche Sterilisation durchzuführen. Wie diese genau vonstatten geht und wie die sich auch von der männlichen Sterilisation unterscheidet, findet ihr in diesem Video Informationen zu. Es geht hier erstmal per se nicht Werbung zu machen für die weibliche Sterilisation oder die männliche Sterilisation. Sie unterscheiden sich erheblich im operativen Aufwand und auch im Risikoprofil. Wichtiger ist zu wissen, es gibt heutzutage die Möglichkeit einer Bauchspiegelung, also endoskopisch die Eileiter zu durchtrennen bzw. zu unterbinden. Komme ich gleich noch zu. Seltener wird heutzutage der Bauchschnitt gemacht, wo man also wirklich über die Bauchdecke einen großzügigen Schnitt macht, um in den Bauchraum zu gelangen. In den meisten Fällen geschieht das im Rahmen einer Sektion, also eines Kaiserschnitts, wo man quasi diese Operation nutzt, wo man schon vor Ort ist, um im Nachgang auch die Sterilisation durchzuführen. Früher gab es noch die Möglichkeit, über eine Gebärmutterspiegelung medizinisches Material in die Eileiter einzulegen. Diese Methode ist in Deutschland aktuell nicht mehr zugelassen. So, und daraus resultieren ja eigentlich schon die operativen Risiken. Wenn ich in einen Menschen hineinschneide, gibt es diverse Gefahren. Zuallererst natürlich Blutungs- und auch Infektionsgefahren. Außerdem operiert man natürlich an einem Gebiet, wo sehr viele Organe beisammen sind. Da ist die Harnblase, da ist die Gebärmutter, da ist Darm, da sind die Harnleiter, da sind viele Nervenstränge. Man muss also wirklich da gut und gewissenhaft operieren. Aber es ist auch ein Routine-Eingriff, muss man auch dazu sagen. Die Eileiter per se, das erkläre ich in dem Video, wo ich ausführlich über die Sterilisation spreche, die werden unterbunden. Das geschieht manchmal mit Clips, manchmal wird eine Koagulation, also ein Veröden gemacht, manchmal ein mechanisches Unterbinden mit Nähten. Manchmal wird der Eileiter auch zum Teil weggeschnitten. Da gibt es verschiedenste Arten. Informiert euch bitte in der Klinik oder im Krankenhaus, wo ihr das Ganze durchführen lasst, welche Methode da genau angewandt wird. Und jetzt kommt noch ein Risiko, was meistens negiert oder sogar stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist die Operation in der Nähe vom Eierstock. Also ein Eierstock ist sehr gut durchblutet. Da gehen größere Gefäße hin, aber auch sehr viele kleinere Gefäße, die man mitunter mit dem bloßen Auge kaum sehen kann. Und wenn man diese kleinsten Gefäße zerstört, unterbindet, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass der Eierstock prozentual weniger gut durchblutet wird. Und dieses weniger an Durchblutung kann auch dazu führen, dass dessen Funktion eingeschränkt wird, also die Eierstocksfunktion als Hormonproduzent. Also ja, es kann passieren, dass man im Anschluss an diese Operation auch hormonelle, zyklische und auch psychische Veränderungen an sich bemerkt. Hat man nämlich nur ein bisschen weniger an Östrogen oder am Progesteron zum Beispiel, stellen sich ja erhebliche Konsequenzen im weiblichen Zyklus ein. Das sollte man vorher auch wissen. Es ist ein Phänomen, was immer wieder auch im praktischen Alltag vorkommt, was festzustellen ist, was aber prozentual von der Wahrscheinlichkeit noch nicht festgezurrt wurde. So, und dann kommen wir langsam zu den Konsequenzen, deren sich ja alle Menschen, die sich für so einen Schritt entscheiden, ja auch bewusst sind irgendwo. Natürlich, wenn ich mich sterilisieren lasse, ist das eine sehr, sehr, sehr sichere Verhütungsmethode. Bedeutet auch, ich werde in meinem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Kind mehr zeugen können. Außer ich lasse mich refertilisieren. Auch eine oft gestellte Frage. Wie sicher kann ich danach vielleicht doch ein Kind bekommen? Da schwanken die Zahlen zwischen 10 und 60, 70 Prozent, kommt auch ein bisschen auf das Alter und die Gesamtkonstitution der Patienten an. Eine refertilisierende OP ist möglich potenziell. Die Wahrscheinlichkeitsraten sind ungefähr in dem Ermessensspielraum. Also ja, potenziell theoretisch kann man das Ganze auch wieder rückgängig machen. Das ist, glaube ich, eine Konsequenz, die ja auch eine erwachsene junge Frau weiß, dass, wenn ich mich sterilisieren lasse, dass ich dann keine Kinder mehr erzeugen kann. Diese refertilisierenden Maßnahmen ist etwas, was man natürlich ansprechen muss. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird das Ganze natürlich umsetzbar. Also eine Garantie gibt es da auf gar keinen Fall. Das mit den zyklischen Problemen bis hin zu Wechseljahresbeschwerden habe ich gerade erklärt. Auch das sollte man vorher wissen. Kostenübernahme. Tja, das ist immer sehr individuell. In den allermeisten Fällen kann man sagen, wird, wenn eine junge Frau mit Sterilisationswunsch die Krankenkasse anruft und fragt, dann ganz freundlich Nein gesagt. Wir übernehmen keine Kosten. Musst du also mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst tragen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Wie es bei den Privaten läuft, ist auch je nach Tarif. Und Krankenkasse ein Stück unterschiedlich, wird aber wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich bewertet. Die eigenen Kosten bei einer Sterilisation per Bauchspiegelung, sagen wir mal, liegen roundabout 800 Euro. Plus, minus, bisschen immer auch von Klinik und Operateurin abhängig. Wichtiger Punkt noch, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, was aber auch in den Fall Konsequenz einhergeht, ist, was passiert denn da mit meinem Körper? Habe ich noch meine Periode? Komme ich in die Wechseljahre etc.? Haben wir geklärt. Die Eierstöcke, das ist das Wichtige und das ist das, was eben auch die Hormone produziert. Und wenn diese nicht lädiert werden, merkst du quasi von dem Hormonhaushalt nichts. Du wirst also ganz normal auch eine Periode bekommen. Die Hormone aus dem Eierstock bauen deine Schleimhaut und deine Gebärmutter auf, stoßen sie ab. Du kriegst ganz normal deine Periode. So, im Grunde sind das so die ganz groben Basics, die du wissen musst, welche operativen Risiken auf die zukommen, welche finanzielle Belastungen auf die zukäme und vor allen Dingen auch, welche Konsequenz das Ganze haben kann. In den Shownotes kannst du mir zum einen Kommentar, ein Like und vor allen Dingen ein Abo dalassen. Das wäre sehr lieb. Aber da findest du auch einen Link zu einem Verein, der sich diesem Thema gewidmet hat, wo du auch sehr nützliche Informationen findest und wo du auch AnsprechpartnerInnen findest, die dich auf deinem Weg und bei deinem Wunsch begleiten und unterstützen werden. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video konnte einigermaßen weiterhelfen. Wenn dem so ist, bitte Like dalassen, bitte Kommentar, ganz wichtig, ein Abo dalassen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.